Mach die Tür nicht für Fremde auf. Mach ich nicht. Deine Mutter wartet auf mich, wir gehen dann. Okay, was soll ich als erstes machen? Ich hol ein Glas. Warte mal. Ich bin doch alleine. Ja, dann brauche ich kein Glas. Was war das? Mama! Hallo? Ist hier jemand? Bin ich doch nicht alleine zu Hause? Nee, du bist nicht alleine. Wer ist denn wieder da? Mama, Papa! Ihr seid hier! Digga, hier war ein Geist. Ich habe mich fast angekackt.